Diese Hütte hier hinter mir in dem Naturschutzgebiet Dönche in Kassel, das ist nicht nur eine einfache Hütte, das ist ein Freilandlabor. Das wird von der Universität genutzt, zum Beispiel um Biologielehre auszubilden, seit nunmehr 40 Jahren. Aber zuletzt, insbesondere in der Corona-Zeit, wurde diese Hütte zweckentfremdet. Neben mir steht jetzt Axel Krügener vom Regierungspräsidium Kassel. Sie kümmern sich hier unter anderem um die Dönche. Was haben Sie denn hier zuletzt immer häufiger vorgefunden? Ja, was wir hier vorfinden, ist seit dem Corona-Jahr immer mehr Müll. Wir haben hier jetzt inzwischen einen Aufräumdienst über den Naturpark Habichswald, der kommt. Muss einmal die Woche kommen, damit man überhaupt eine Leere in irgendeiner Form hier weiterhin stattfinden lassen kann. Also richtig viel Müll von Partys, von privaten Feiern. Jetzt haben die Verantwortlichen hier reagiert. Da oben sieht man auch ein Schild. Wenn das hier nicht aufhört bis Mitte Mai mit der Vermüllung, dann wird diese Hütte abgerissen. 40 Jahre lang gab es dieses Freilandhaber und dann eventuell, wenn das hier nicht aufhört, bald nicht mehr.